Es gibt so viele geile Dile-Fools hier! Ist jetzt wirklich der Weg? Was ist der Weg? Was ist das denn da in der Mitte? Das sieht ja schon sehr interessant aus hier, ne? Oh was? Du bist barfuß hier? Nice! Das wirst du nicht überleben! Das wirst du nicht überleben! Alter, das sieht so fett aus! Du bist echt hart im Nehmen! Hier werden bestimmt keine Scherben liegen! Nee! Dann kommen wir hier zur Schwimmhalle, glaube ich ungefähr! Man merkt auf jeden Fall, das sind in Kroatien... Hier ist einfach alles voller Steine! Also wie sehen denn die Schlangen aus, die es hier gibt? Schlangig! Schlangig? Lang und schlangig! Da! Ich sehe schon eine! Direkt vor mir! Ja, hinter mir sieht man dieses verlassene Schwimmbad-Hotel! Und das ist ein ziemlich kranker Long-Lost-Place hier in Kroatien! Natürlich wollte ich eigentlich hier in diesem großen Raum fliegen, allerdings ist der Spot recht bekannt dort und da waren halt Menschen! Deswegen sind wir erstmal woanders hingegangen! Das ist das Schwimmbad! Hier Leute! Flachköpfe! Jo! Die Dinger, die sind fies! Ja! Boah! Boah ey! Also das ist schon ein bisschen scary hier auch! Gehen fahr! Gehen fahr! Was ist das? Also Mauern, das ist auch nochmal so ein Ding bei denen! So machen die es immer! Dann putzen sie einfach drüber und dann sieht es schier aus! Okay! Das ist jetzt wirklich der Weg? Das ist der Weg! Das ist der Weg! Hier oben anfassen! Kann da auch nichts passieren! Zack! Was ist los hier? Was ist das hier? Das ist ein Dach! Das ist ein Dach, ja! Mit einem Ausblick! Ah, kleines Bier! Kleines Bier! Ex on Hop! Ja, dann würde ich sagen... Fliegen wir mal eine Runde! Ja, die sind kranken Sport, Alter! Let's go! Da ist ein Dach! Bir closed an! Das ist ein Dach! Und da wird mehr Rundfunk! Und dann bitte! Dann bitte! Da ist alles! Dann bitte! Ja! Dann bitte! Dann bitte! Ich werde das mal ein bisschen freestylen hier mit dem 4S Copter Schwab da. Der ist der schnellste oder was? Der ist der leichteste auf jeden Fall. Ah ok. Verpässt dich du Kackvieh Alter, ich habe das doch genau gemerkt. Ja, das ist auch schon mal. Alter, es ist so rot alles. Ich werde wirklich komplett zerstochen, Alter. Ich hole mir morgen so einen Mücken-Up-Base-Spray. Und dann gehen sie wieder auf das nächstbeste Ziel, nämlich euch. Potentielle Lebensgefahr herrscht nun hier in diesem ganzen Bereich. Da würde ich nicht stehen. Also stell dich am besten zu mir. Das ist immer eine gute Sache. Oh ja. Ich merke sofort wie viel es einfach so geil fragil ist. Ey, ihr müsst halt wirklich irgendwo anders sitzen eigentlich. Ich stell mich hinter dich, ich glaube da bin ich safe. Ja, da bist du safe. Ja. Es gibt so viele geile Dive-Fools hier, aber es ist ein geiler Spot. Boah, Alter war das knapp. Es gibt halt noch diese ganz dünnen Streben hier, ne. Das ist natürlich so ein Ding, ne. Ja, ja, wir können doch mal gucken, ne. Ja, das ist hart. Ja, ja, das ist mal eine andere Stufe nochmal. Ja, ja, ja. Das ist wie Simulator hier, ey. Wie so ein geiler Spot im Simulator ist das hier. Alter krass. Ich will jetzt mal durch diese schmalen Dinger da räumen. Bitte bleib heile. Ja, und deswegen sind die Dinger eigentlich scheiße. Ich kann nicht aufnehmen, weil sie überhitzt. Kühl ab, du Sau. So, wollen wir es mal probieren, in einzelne Löcher zu diven hier. Ja. Auf geht's. Yeah. Easy, easy. Yeah. Cross-Strike. Und... Das sah heftig aus. Alter, du hast die Pflanze zerstört. Gehst du hin, oder? Ja. Ach so, kannst du die Linse von der Action 2 mal so ein bisschen mit dem T-Shirt abwischen? Ja, okay. Alles voll mit so Pflanzenschreddern. Dankeschön. Renn, Bitch, renn! Wow! Oh! 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 Holy shit! Alles gerettet hier. Gar kein Problem für das Ding. Wenn die das nicht abkann, dann... Ich hatte an dem Tag für meinen 4S Copter nur vier ziemlich kaputte Lipos dabei und deswegen konnte ich jetzt nicht so viel Freestyle wie ich eigentlich wollte. Achso, und vielleicht bin ich auch noch mal in einem Baum gelandet. Das ist das letzte Pack. Es ist immer das letzte Pack. Man soll das letzte Pack übrig lassen. Hast du sie? Am zweiten Tag wollte ich dann natürlich hier in der großen Halle fliegen, allerdings waren da immer irgendwo Leute und deswegen haben wir uns erstmal den ziemlich gruseligen Keller angeguckt. Alter, das ist jetzt wirklich so ein Mörderparadies hier. Boah, das ist jetzt ins Bett gestellt. Oh mein Gott. Das war eins von den Rohren, wo Jan halt einfach irgendwie das von der Wand getreten hat und auf einmal kamen da so riesige, heftige Hornissen oder sowas. Oh, was? Die Fahrstuhl sind aus Holz hier? Ja, die sind aus Holz. Yo, was? Der Holzfahrstuhl weiß ich nicht, ob ich da so Bock hätte. Alter. Das ist ein Roulette-Tisch. Zieht euch das mal heim. Das ist so ein Roulette-Tisch. Ohne Shit. Was geht hier ab? Warum sind hier so viele Waschbecken? Junge, das ist die Bar gewesen hier? Das ist die Bar gewesen, ja. Hier sind noch die Bar-Hocker und so. Yo. Das war hier richtig Luxus, war das mal. Was ist das denn da in der Mitte? Sieht voll heftig aus. Ja, echt, ne? Das ist wie so ein Schrein bei Dark Souls oder sowas. So sieht das aus, ey. Das ist doch definitiv aus Naturstadt. Sowas zu bauen ist halt einfach auch aufwendig und teuer. Krasse Scheiße, Alter. Ich glaube, ich habe noch nie einen Lost Place gesehen, der so krass Touristen überladen ist. Und ich werde jetzt gleich mit dem hier drin fliegen. Mal sehen, was die so davon halten. Irgendwann wurde es dann zum Glück ein bisschen leerer und ich konnte fliegen. Ja, während ihr jetzt ein bisschen Footage vor mir seht, habe ich überlegt, erzähle ich euch mal ein bisschen was über die Geschichte dieses Ortes. 1971 wurde das Halodowu Schwimmbad Hotel eröffnet. Und das wird auf die Videos hier niemals rüberkommen. Aber dieses Gelände ist gigantisch groß, weswegen das auch Hotelstadt genannt wird. Insgesamt hat das Ganze 45 Millionen US-Dollar damals gekostet. Bezahlt hat das Ganze Bob Gugione, dem Gründer des Penthouse Magazins. Und der Typ ist generell für seine absolut dekadente Art bekannt. Und zwar haben die angeblich jeden Abend 100 Kilo Hummer, 5 Kilo Kaviar und hunderte Champagnerflaschen gekillt. Aber das Heftigste ist das Casino gewesen da. Die haben tatsächlich die Glücksspieler anreisen lassen mit extra Charterflügen aus Amerika, England, Frankreich. Die mussten für den Flug nichts bezahlen, die mussten für die Unterkunft nichts bezahlen und für die ganze Verpflegung mussten die auch nichts bezahlen. Warum? Naja, man ist davon ausgegangen, dass die im Casino eh so viel Geld verlieren würden, dass sich das dann rentiert. Und ja, hat so mittelmäßig gut funktioniert. Nach einem Jahr war das Casino nämlich komplett pleite. Und Bob Gugione, tja, keine Ahnung, der war dann weg auf einmal. Nachdem es das Casino nicht mehr gab, hat der Staat halt das Hotel weiter betrieben. Allerdings der letzte Sargnagel war dann der Jugoslawienkrieg. 2001 war es dann soweit. Das Resort wurde endgültig geschlossen und liegt seit dem Zeitpunkt brach. Uns hat das wirklich mega Spaß gemacht, das Ding zu erkunden. Wie schon gesagt, das kommt hier in den Videos nicht rüber. Das Gelände ist wirklich gigantisch. Ehrlich alle Leute, die hier waren, der eine meinte so, oh, guck mal, der hat eine GoPro drauf. Ich dachte so, ach, das ist doch keine GoPro. Eine letzte Challenge gab es aber noch für mich da. Und zwar diese Fenster in der Decke. Das ist wirklich prädestiniert zum Reindiven. Deswegen habe ich einmal mit meinen Kollegen abgesprochen, dass sie einmal unten schauen, dass wirklich niemand da ist, damit ich das einmal zumindest riskieren kann. Ja, ist alles grün. Ist alles grün. Nein! Junge. Come on. Er ist da, er ist da. Jakob! Mist! Jakob! Junge! Alter! Holy fuck! Soll ich sie hier anplacken? Ich habe es genau gefilmt, es ist genau unter mir runtergekommen. Nun, also ich meine, ich habe diese Drohne tatsächlich extra für diesen Urlaub gekauft, extra für diesen Spot, dass wir jetzt natürlich den Motor hier haben, der nicht mehr läuft. Das ist schade, aber ist okay. Leider hatte ich jetzt keinen Ersatzmotor dabei, weswegen ich das nicht nochmal probieren konnte. Ist, wie es ist, FPV. Und zum Abschluss noch eine kleine, süße Katzen-Story. Uns ist eine kleine Babykatze begegnet und die sah ziemlich ausgehungert aus, weswegen wir der erstmal, ja, bisschen was zu essen gegeben haben. Ab diesem Zeitpunkt ist diese Katze uns wirklich auf Schritt und Tritt gefolgt. Zwei Kilometer bis in die Stadt wieder rein. Das war nicht so geplant von uns. Allerdings, ja, wir konnten es da nicht wirklich übers Herz bringen, sie einfach vor der Tür stehen zu lassen, weswegen wir sie mit ins Apartment genommen haben. Ja, und wir haben diese kleine Katze wirklich ins Herz geschlossen, weswegen wir uns entschieden haben, sie ganz offiziell zu adoptieren und mit nach Deutschland zu nehmen. Wir haben sie dann Mali getauft und sie lebt jetzt seit, ja, circa einem Jahr hier in Deutschland bei meinem Bruder. Und, ja, ich glaube, wir haben dieser kleinen Katze ein wirklich schönes neues Zuhause beschert hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.